Von der Aufgabenstellung her ist diese Aufgabe natürlich deutlich einfacher. Man hat nur zwei Punkte gegeben und einen Öffnungsfaktor. Trotzdem bitte immer ganz genau lesen, damit man auch nichts verpasst. Aufgabe A, die A, die es geschenkt, ermittelrechnerisch die Gleichung der Parabel. Wir haben schon den Öffnungsfaktor, das heißt, wir setzen das Ganze einmal mit dem Punkt A ein. Also Y links und das X rechts, ganz einfach. Und das Ganze lösen wir dann nach C auf. 0,5 mal 1 Quadrat gibt minus 0,5. Das bringe ich mit plus 0,5 rüber. Plus B bringe ich mit minus B rüber. Und so habe ich das quasi in zwei Schritten gemacht. Jetzt kann ich natürlich noch zusammenfassen. 3,5 minus B gleich C. Dann setze ich das Ganze mit dem Punkt B ein. Also 0,5 ist gleich. Und statt dem X nehme ich halt ein 6 Quadrat. Setze aber hier hinten natürlich schon den C-Wert ein. Also ich schreibe ihn nicht mehr ab, sondern nehme gleich den C-Wert von hier unten. Jetzt habe ich hier 6B minus B gibt 5B. Das hier vorne kann ich tatsächlich im Kopf ausrechnen. Dann gibt es hier eigentlich 36. Die Hälfte davon gibt 18. Und Minus davor gibt minus 18. Plus 3,5. Wir erhalten 0,5 plus 14,5. Denn dieses minus 14,5 müssen wir noch rüberbringen. Und damit ist B gleich 3. Ihr dürft das natürlich in ausführlicheren Schritten machen. Ich habe das jetzt halt im Kopf schneller gerechnet. Damit kann ich auch C einsetzen. Ist 0,5. Nicht vergessen, am Schluss dann noch die quadratische Gleichung hinzuschreiben. Das deckt sich auch mit dem Ergebnis. Bei der B, da ist es dann gefordert, dass man den Scheitel von dieser Parabel berechnet. Ja, das sollte eigentlich kein Ding sein, dass man den richtig einsetzt. Und das Ganze muss dann ins Koordinatensystem. Da habe ich das sauber zeichnen. Nun bekommen wir bei der Aufgabe C eine Geradengleichung dazu. Die schneide die Parabel in den Punkten A und B. Zeichne G in das Koordinatensystem und berechne die Koordinaten von A und B. Also, ich habe sie hier zwar jetzt gezeichnet, aber es ist eindeutig drin geschrieben, man soll die Punkte berechnen. Schnittpunkte berechnen, da muss das Signalwort angehen. Das ist ein quadratisches Gleichungssystem. Das heißt, wir müssen diese beiden Gleichungen gleichsetzen. Einmal die quadratische Funktion und einmal die lineare Funktion. Das heißt, Y ist gleich quadratische Funktion, Y ist gleich lineare Funktion, einfach ein Ist gleich dazwischen und die Y ersetzen. Und jetzt heißt es einfach, alles nur auf eine Seite schmeißen, dass auf einer Seite die Null ist. Also, plus X und minus 4. Gibt hier 4X und minus 3,5. Und jetzt habe ich eine quadratische Gleichung, die ich mit der Mitternachtsformel auflösen kann. Das heißt, wenn ich das Ganze richtig einsetze, erhalte ich für meinen X1 1 und für meinen X2 7. Was ich hier noch machen muss, das habe ich jetzt schon vorweg genommen. Ich muss Schnittpunkte berechnen, also eine X-Lösung allein reicht nicht. Ich brauche den Y-Wert dazu und den setze ich natürlich geschickterweise in die lineare Funktion ein, weil die schneller zu berechnen ist. Also habe ich hier für das X ein 1er eingesetzt. Minus 1 plus 4 gibt 3. Kann ich auch überprüfen, ist es rechnerisch genau das rausgekommen, was auch zeichnerisch stimmt. Für das X2 setze ich 7 ein, also Minus steht vor dem X. Dann die 7 plus 4 gibt Minus 3. Also lautet der Schnittpunkt 7 minus 3. Eigentlich keine Geschichte, man muss sich nur am Schluss dann immer noch daran erinnern, dass man Schnittpunkte berechnen musste. Gut, die Idee habe ich dann auf einer zweiten Seite. Zwischen A und B liegen die Punkte C auf einer Parabel. Also, und man soll das jetzt einmal zeichnen für X gleich 4. Die Punkte C, das heißt, ich kann die Koordinaten von denen gleich hinschreiben. Das immer so als im Hinterkopf haben, dass man so eine Koordinaten dann gleich aufschreibt. Als nächstes berechne ich natürlich den Punkt. Ich hätte ihn theoretisch aber auch nicht berechnen müssen. Ich kann auch einfach bei X gleich 4 hochgehen, denn es muss, wenn es eine saubergezeichnete Parabel ist, wo es der Punkt C genau draufliegen. Und damit liegt er genau hier dran. Also es langt bei der X-Achse hochzugehen. Es war nicht verlangt, dass man C1 berechnet. Und das ergibt ein Dreieck. Das mit zwischen A und B liegen Punkte heißt, dass C einfach nicht hier liegen kann und nicht hier liegen kann, sondern zwischen A und B. Aber das ergibt sich auch von selber, was ich sonst der Drehsinn ändern würde. Gut, und bei der E soll man zeigen, dass der Flächeninhalt in Abhängigkeit von X wie folgt ausschaut. Ja, bei einem Dreieck ist es ja relativ einfach. Wir machen uns auf jeden Fall auf den Weg, das Ganze mit der Determinante und zwei Vektoren zu lösen. Und da suchen wir halt geschickterweise zwei Vektoren aus, wo der abhängige Punkt nur einmal dabei ist. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall Vektor AB. A und B sind gegeben. Oder BA. Ja, es ist in dem Fall gleich. Wenn ich den Vektor AB nehme, muss ich dazu ACN nehmen. Ja, weil das soll der Winkel zwischen den beiden sein und es sollte von einem Punkt ausgehen. Wenn ich den Vektor BA nehme, muss ich BCN nehmen. Ich habe mich jetzt für AB und ACN entschieden. Aufpassen, dass man die 0,5 nicht vergisst. Dann heißt es Vektoren berechnen. Der Vektor AB ist noch relativ leicht. 7, minus 1, minus 3, minus 3, 6, minus 6 ergibt es. Also das ist relativ einfach. Worauf man dringend aufpassen muss bei dieser Aufgabe, man hat hier die Punkte A und B, die man braucht. In der Angabe oben steht ein P-Punkt. Der hat aber hier nichts mit der Aufgabenstellung zu tun. Denn der Punkt P, der liegt sonst noch irgendwo. Der liegt zwar auf der Parabeln, aber er hat nichts mit diesem Dreieck zu tun. Also muss man ganz gut aufpassen, dass man nicht hier aus Versehen den Punkt P irgendwie hineinverarbeitet. Ich gebe es ehrlich zu, mir ist das beim ersten Mal passiert. Vektor ACN, der fehlt jetzt noch. Der muss natürlich abhängig sein. Das heißt, ich schreibe zuerst die Koordinaten, die abhängigen Koordinaten rein und ziehe dann erst minus 1 und minus 3 ab. Hier, wenn ich das zusammenfasse, gibt es minus 2,5. Ich spare mir das jetzt nochmal extra hin zum Schreiben, nur damit ich die minus 2,5 hinschreiben kann. Dann geht es in die richtige Reihenfolge. Denkt daran, der Drehsinn muss berücksichtigt werden. Links oben mal ganzes rechts unten. Das heißt, ich muss dieses Ganze rechts unten klammern. Hier, 6 mal ganzes rechts unten. Dann aufpassen, zwischen den beiden Kreuzen kommt ein Minus. Also das da, minus das da. Und deswegen muss ich das hier nochmal klammern. Minus 6 mal und dann ganzes rechts oben, x minus 1. Also nochmal langsam. Minus von der zweiten Diagonale steht immer dran. Und dann steht minus 6. Minus und minus hintereinander darf ich nicht schreiben. Also schreibe ich es in Klammern. Mal das Ganze rechts oben ist ein Term. Also muss ich auch hier wieder Klammern setzen. Da muss ich höllisch aufpassen, wenn ich diese abhängigen Vektoren berechne, dass ich hier saubere Klammern setze. Weil ist klar, wenn ich hier eine Klammer vergesse oder irgendein Vorzeichen nicht mitmache, verfehlscht sich das Ergebnis sofort. So und jetzt ist es mit dem, ist einfach nur Klammer auflösen. Das mit dem, das mit dem, das mit dem. Hier müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Hier müssen wir drei Sachen verwurschteln. Minus mal minus 6 mal x gibt plus 6x. Und dann das Ganze nochmal. Minus mal minus 6 mal minus 1 gibt minus 6. Hier vorne gibt es zwar plus, aber mit minus 1 multipliziert gibt es plus 6. Ja, hier ist das Ganze zusammengefasst. Minus 3x², das ist der Wert hier, plus 18x minus 15, jetzt plus 6x minus 6. Das sind jetzt genau die beiden Terme, die hier hinten rauskommen sind. Und danach ist es nur noch ein Zusammenfassen. Da löse ich dann die eckige Klammer auch auf. Ich muss aufpassen, dass ich die 0,5 überall noch mitziehe. Und dann kommt genau der Flächeninhalt raus, den ich auch im Ergebnis drinstehen habe. Eigentlich nur eine Rechnung, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man die Klammern richtig setzt. Bei der f heißt es dann, bestimme x so, dass der Flächeninhalt des Dreiecks 10,125fe beträgt. Bestimme x so. Also wir müssen einen x-Wert berechnen. Und der Flächeninhalt soll 10,125 heißen. Das haben wir auch in der 9. Klasse schon gehabt, nur bei linearen Aufgaben. Das hier ist doch mein Flächeninhalt. Und ich soll jetzt rausfinden, wann der 10,125 ist. Nicht weiter schwer. Also schreibe ich halt, ist gleich 10,125. Dann finde ich doch die x-Werte raus, wann das Ganze so ist. Weil der y-Wert ist ja immer der Flächeninhalt von dieser Flächenfunktion. So, das ist eine quadratische Gleichung. Die muss ich nur wieder diesen Term hier, oder diese Zahl 10,125 nach links bringen, damit rechts die 0 steht. Und schon kann ich das Ganze in die x12-Formel einsetzen. Und dann erhalte ich einen x1-Wert und einen x2-Wert. Also für diese beiden x-Werte ist der Flächeninhalt 10,125. Das war eine absolute Standardaufgabe. Bitte auch so weit jetzt verbessern, wie ihr das richtig oder falsch habt.